Ich bin Chris, Fussballer bei GC und Logistiker im ersten Lehrjahr bei Rexroth. Das ist das Unternehmen der Bosch-Gruppe. Das Besondere an meiner Lehre ist, dass Bosch Rexroth mich im Sport gut unterstützt, indem ich 90% arbeiten darf und ich somit in meine Trainings gehen kann. Ich hatte die Möglichkeit als KFA bei der Bosch Rexroth hineinzuschauen und dann haben wir einen Rundgang gemacht, auch in die Logistik rüber und dann ab dem Moment ist mir klar geworden, dass ich unbedingt Logistiker werden werde. Als Logistiker musst du körperlich fit sein, gute Kenntnisse haben in Martin, zudem musst du auch gut im Team arbeiten können und offen sein gegenüber Menschen.